Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich Willkommen zum dritten Türchen unseres Adventskalenders. Und ich wünsche euch heute natürlich auch einen super schönen ersten Advent. Ich habe heute dieses super niedliche Päckchen hier von Kati, das glitzert total. Und es ist hier mit so goldenen Schnüren verschlossen. Ich ziehe schon mal vorsichtig dran. Ich finde das Band total schön. Und dann, vorsichtig, bewahre ich euch auf jeden Fall wieder auf. In diesem Video findet ihr natürlich auch wieder einen versteckten Buchstaben. Ich hoffe natürlich, ihr habt die ersten beiden auch schon gefunden und notiert am Ende des Advents, also an Weihnachten oder im neuen Jahr, gibt es natürlich was zu gewinnen. Das ist nämlich unser großes Adventsgewinnspiel dieses Jahr. Und, oh, die sind echt total niedlich. Mit kleinen Einhörnern drauf. Einhornnagellack. Total cool. Einmal hier in Silber. Und auch in Gold. Sehr, sehr cool. Gucken wir mal, was hinten drauf steht. Ja, Nailpolish. Super niedlich. Mit dem kleinen Einhorn vorne drauf. Und auch super passend dazu. Hier glitzert alles in. Superschön. Weihnachtsnägel. Glitzer, glitzer. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Kati. Und auch diese Karte bewahre ich mir auf jeden Fall auf. Die kommt zu meiner ersten Olaf-Karte dazu. Ja, ich hoffe, euch hat das Video heute wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben dalassen. Heute gibt es natürlich auch Challenge-Videos von uns. Unsere typische Sonntags-Challenge. Also da auf jeden Fall auch vorbeischauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben dalassen. Und abonniert doch auch einfach unseren Kanal. Dann verpasst ihr kein weiteres Adventskalender-Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss.